Ja, es tut mir wirklich leid, dass ich heute so lange kein YouTube Video mehr gemacht habe. Ich konnte mein einziges YouTube Video in den Stuhl laden, weil das, was ich jetzt gerade gemacht habe, also es ist nicht dieses YouTube Video, alles, was ich jetzt so erst gemacht habe, das konnte ich gerade nicht schockieren. Also, ich habe das mit zehn Argumenten, also wenn ich zehn bekomme, dann ist ein bisschen Folgeraum, also das sind jetzt so die Entschließen von Fortnite, und das hält mir jetzt nochmal das raus, und das gibt mir zwei Räser. Ich könnte auch alles an die YouTube-Königrufe freuen, das zeige ich euch doch mal, dass es hier noch alles verbessert wurde. Aber als erstes haben wir die Flagge vor dir, das haben wir ja schon gesehen. und dann bauen wir hier noch ein Land. Und dann bauen wir hier noch ein Land. Da das jetzt ein Agency umziehen würde, das habt ihr ja schon mal gesehen, hier kommt eine Flagge hin. eine ganz andere, ein Land ist, also eine Landflamme. Das verrate ich jetzt alles nicht, weil das ist alles für die Special-Folge. Und ja, hier wird uns so die Doomsday-Kugel hochkommen, wenn ihr Fortnite kennt, und wenn ihr auch das Doomsday-Live-Wert nicht geguckt habt, dann wird die auch ungefähr so hoch sein, oder keine Ahnung wie hoch die sein wird. Und ja, und ihr könnt euch Päuser aussuchen. Wohl diese hier. Weil hier ist die Grenze. Ich weiß nicht, wie so hört es nicht aus, aber wir machen eine Aufnahme. Äh, äh, wir machen eine Ausnahme. Ihr könnt noch dieses Haus, dieses Haus, und die ganzen anderen Häuser, und dieses und dieses und dieses. Das könnt ihr dann in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr das hier, ähm, verbessert haben wollt, dann müsst ihr einen von dem Stein in die Kommentare schreiben, dann weiß ich Bescheid. Und, wenn ihr das hier verbessern, äh, also wenn ich das hier verbessern soll, dann müsst ihr einfach Holz in die Kommentare schreiben. Also Holz. Hier müsst ihr dann Stein in die Kommentare schreiben, wenn ich das hier verbessern soll. Und hier Holz. Und, ja. Kommt eine richtig coole Special-Folge, wenn ich 10 Abonnenten erreicht habe. Und bei 13 kommt noch eine, und bei 15 kommt noch eine, und bei 16 kommt noch eine richtig coole, und bei 25, da wollt ihr nicht wissen, wie es da abgeht. Da zeige ich euch dann nochmal die ganze, und zwar wirklich ganze Start, was ich hier alles versteckt habe. Und, ja. Und, ja. Und, ja. Das ist wirklich krass. Sehr krass. Und, ja. Ich beende jetzt auch das YouTube-Video hier. Ich wollte euch nur bescheid sagen, dass ich noch YouTube mache und so. Ja, bis zum nächsten Mal. Schau. Und, ja. Und, ja. Und, ja.